Da kommt sowieso keine Antwort. Seid ihr bereit für unsere einzigartige Falken-Craft-Show? Ja! Wenn da nichts kommt, dann schicke ich die alle wieder nach Hause. Die sind eh so verkatert. Ich glaube, die schlafen gerne nochmal eine Runde. Wir haben für euch aus Holland unser fliegendes Trio im 3er BMW mit M3-Motor unter der Haube über 300 PS eingepackt. Und dann natürlich unsere drei flotten Engländer. Hier, Girlie, hier ein T-Shirt für dich. Was zum Anziehen. So. Dann aber natürlich unsere Engländer. Wie gesagt, wir haben gestern schon mal Facebook gepostet. Da gab es ein kleines Problem mit dem Radlager bzw. der Radlagerbox hinten rechts. Da wird noch ein bisschen gestoppt. Und er und der Fahrer hat zwei Blöde gefunden, die jetzt das Auto reparieren, wenn er noch irgendwo in der Ecke liegt und vor sich hin leidet. Sehr schön. Ich habe schon gesagt, dafür muss er nachher ein paar Leute mitnehmen, die da mal bitte mitflüften dürfen. Ja, schick schnell! Und hier geht's jetzt los. Die Reif werden aufgewärmt. Der Motor wird aufgewärmt. Für euch am Start! Remo und Niefel! Lars Verbreiten! Michal D! Matt Carter und Paul in Tscheche! Die Jungs, die sich den Nusser verschrieben haben. Wir haben für euch wieder jede Menge frische Reifen aufgezogen. Komm mal, könnt ihr euch fliegen gehen? Aber die Jungs, die müssen, wie man hört. Platz für euch, das fliegende Duo, wie gesagt, zertrücke. Ist doch heute in der letzten Chance dabei. Frau Schelscheier und mein Vater, die beiden wissen, wie man Reifen zum Flühen bringt. Gasescheier und Gott fragt. Auf geht's! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR